In diesem Video geht es um Ballhandling, Basketball wird mit dem Ball gespielt und die Frage ist, wie gut kannst du mit dem Ball umgehen? Es wird anfangen mit Fundamentals, ganz einfache Übungen mit zwei Bällen wie auch mit einem Ball, danach gehen wir ein bisschen komplexere Übungen mit zwei Bällen. Und dann werden wir auch noch den Wurf mit einbauen, das heißt wir kriegen wir Full Court aus dem Fast Break einen Wurf raus mit gutem Ballhandling und als Bonus zeigen wir euch noch ein paar schöne Übungen mit Jonglieren. Bis zum nächsten Mal.